200 Quests sind eigentlich nicht so viele. Die Frage ist, wie lang gehen die Quests? Ich guck mir jetzt erstmal kurz Sky Blivenin an, ja? Das geht nicht so lange. Sky Blivenin ist ein Projekt, das verfolge ich schon seit einiger Zeit, immer mal wieder, ja? Ich bin jetzt nicht so dran und so, oh, wann kommt's endlich? Weil das wird, ich glaube, es wird ewig dauern, bis das rauskommt. So, die basteln immer rum. Ich glaube, alle, im Grunde genommen, im Grunde genommen, die gesamte, ganz Tamriel einfach abzubilden in einem Game. So, ne? Und das wird halt ewig dauern, weil man halt die verschiedenen Games in ein Game packen will. Ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Man will Elder Scrolls in einem Spiel haben, sozusagen. Mit aktuellen Grafik, mit Agnobipapo. Ist alles Liebhaber-Projekt, das heißt, da arbeiten nur freiwillige Leute mit, da wird nix bezahlt und gar nix. Das sind alles nur einfach Elder Scrolls-Fans. Das ist schon ziemlich cool. Releases für 2025 geplant. Ach, ich verwechsel das gerade mit Beyond Skyrim, ich bin so doof. Ich verwechsel das gerade mit Beyond Skyrim. Wir fangen nochmal neu an. Ja, also eigentlich, ich gucke immer bei Beyond Skyrim, ja, ist das, wo ganz Tamriel nachgebaut werden soll. Da schaue ich hier mal rein. Das ist Skyblivion, das ist ja quasi Oblivion in Skyrim. Ja, nachgebaut. Das war das. Ich verwechsel die beiden immer, regelmäßig. Es tut mir echt leid. Ja, da war ich doof. Da war ich gerade doof. Ich hab die beiden gerade wieder verwechselt. Äh, ja, ich, äh, ja. Nun, äh, Skyblivion, wir gucken mal rein. Jetzt ist es doch nicht mehr so spannend, wie ich dachte, aber trotzdem cool. Nun. Welcome to the road to Skyblivion. Hallo. Now that we have a goal set in place, we'd like to break down where we are at and where we need to travel to get there. In this video, we aim to show you exactly what has been completed and what still remains, in order to make our release goal of 2025. Elf Jahre lang, was nicht mehr ran. Was nicht mehr ran. Also Oblivion ist halt wirklich riesengroß, ja, also es ist riesig. Und das Ganze nachzubauen, äh, quasi auf der, auf der Skyrim Engine, also auf der, äh, Creation Engine, auf der, von der Skyrim Version, das ist schon puh. Und alles halt, du musst ja quasi alles neu machen. Weil du kannst ja nicht die alten Assets nehmen, die einfach viel weniger, äh, wie sagt man, viel, viel weniger detailliert sind und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie Oblivion gearbeitet hat, das weiß ich gar nicht mehr. Aber du musst halt ewig viel voll machen, äh, ewig, ewig viel, ewig viel, ewig viel umbasteln und machen und alle Quests nochmal neu und bla, alles reinballern, puh. Ich weiß noch gar nicht, dürfen die eigentlich die Assets vom vorherigen Teil nehmen, wie zum Beispiel Voices und so? Also dürfen die die einfach von Oblivion nehmen oder müssen die das auch als neu einsprechen? The land of Cyrodiil is divided into nine different regions. Wird neu vertont. Wir starten mit der Gold Coast, die vorhin schon alle 526 Zellen verabschiedet hat. Die Colovian Highlands hat alle 422 Zellen verabschiedet. Die vollen Wälder und Hartlandsregion hat alle 405 Zellen verabschiedet. Die große Wälder, mit ihren 460 Zellen, hat in einem Rekord-Zeit verabschiedet. Die Gerell und Vaelis Mountains, mit 517 Zellen, hat also also been fully landscaped. Und die Wälder und Blackwood haben alle 803 Zellen verabschiedet. Currently, die West Weald ist die least-polished-area, sitting at 43 out of 284 Zellen, or around 15%. Die Nibberne Basin also needs work, mit 300 out of 674 Zellen verabschiedet. And the nearby Nibberne Valley similarly sits at around 50% completion, with 155 out of 300 Zellen verabschiedet. The Skyblivion world map has a total of 4,391 Zellen, of which we have completed 3,632, or 82.7%. Beyond the borders of Cyrodiil, and even Nirn itself, lie 40 unique world spaces. From hostile Oblivion realms, to painted worlds, dreams, and alternate realities ruled by Daedric princes. So far, we've completed 11 world spaces, with most of the remaining 29 being Oblivion realms, which we're saving for last. Our plan is to use all the knowledge and skills we've gained over the years to make these realms a truly memorable part of the gaming experience. Once a region is complete, the magic of navmeshing can begin. This process involves adding a navigational mesh to the world map, allowing creatures to roam, battle, and follow you. Oh, okay. We're currently around a third of the way through this mammoth task, which means that NPCs and quests are fully functional in those completed parts of the map. This is a quicker process when tackled on a cell by cell basis, compared to landscaping. If you have some spare time, and are interested in lending a hand, the navmesh team is always looking for new recruits to help speed things along. Oh god, 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 oh god. Now, let's turn to our interiors. We have a whopping 600 interiors, with 260 completed, or roughly 40% of the total. They are divided into categories, including Castles, Unique Structures, Stables, Shops, Sewers, Mines, Inns, Homes, Forts, Chapels, Caves, Imperial Watchtowers, and Aliad Ruins. Of these interior locations, Dungeons are by far the most time intensive, accounting for 220 of the total. That's why our focus has been on completing Dungeons like Caves, Forts, and Mines first, with 190 either finished or in progress. The remaining three hundred and eight... ...wird nicht passieren, aber stell dir mal vor, am Ende sagt Bethesda, nö. Nö, nö, dürft ihr nicht. Oh, das wäre so eine Katastrophe. Wird natürlich nicht passieren, ne, das wird nicht passieren, klar. Aber, äh, wenn sie den EA-Move machen, ne, mit LS3, das ja dann gecancelt wurde, oh, puh, das wäre so bitter einfach. Ja, ich klopfe die Mama auf Holz, warte mal. Ich hab geklopft. Eighty interior locations, like Houses, Shops, and other smaller locations, take a fraction of the time to complete, and are often tackled in larger batches. Whether you're interested in working on Houses or Dungeons, we warmly welcome your volunteer application. 3D. From the threads that make up your character's garments, to the Mush Forest Greenery, and the birds that soar high above. Each 3D object and creature, infuses life into Cyrodiil. While many object groups are well underway, some areas create a bottleneck for other departments. For instance, if the architecture set for a city hasn't been remade, the level design team can't advance in rebuilding that area in-game. Furthermore, without recreating all 2,508 of Oblivion's 3D objects from the ground up, we won't meet the required legal standard to release Sky-Blivion. Ah. Our plants and clothes are particularly underdeveloped, and we need extra help in wrapping up this extensive list of Assets. We have some 615 objects yet to create. Although some could be borrowed from Skyrim, many of them are not suitable for integration into Sky-Blivion. So there remains a long list of Assets to recreate from scratch. Our 3D team is chugging away, but we always welcome new Artists to lend a hand, even in the final stages of development. Quests In Sky-Blivion, players can create their own story and make a name for themselves by embarking on the 199 quests available. Out of these quests, 97 are currently playable, 25 are in progress, and 77 still need to be worked on. These quests can be found in various questlines. Main-Quests, the Fighters Guild, Mages Guild, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Scythe-Quests, Daedric-Quests, Arena-Quests, and Master-Training-Quests. 200 Quests sind eigentlich nicht so viele. Die Frage ist, wie lang gehen die Quests? Eine Quest kann ja auch eine ganze Quest-Reihe sein halt, ne? Also dass du quasi, wie bei Witcher hier mit dem Kind da, mit dem Baron, ne? Also wie genau wird eine Quest definiert? Ist das jetzt nur Töte 5 Ratten oder ist das halt eine ewig lange Geschichte, die erzählt wird? Also das ist halt die Frage. 199 kann sehr kurz sein, sehr schnell sein oder es kann ewig dauern. Skyrim hat aber 300 Quests. Ja gut, und Skyrim hat uns ein bisschen beschäftigt, glaube ich, ne? Hat uns auch ein bisschen beschäftigt. Joah. Gameplay Systems. Oblivion is renowned for its unique mechanics, many of which are currently operational and in-game. These include the class system, spellcrafting, spells and magic, underwater combat, alchemy, weathers, disposition and attributes. Additional mechanics may be added in the future. Time will tell. Musik auch komplett neu gemacht. Das ist halt krass. Also auch krass. Cyrodiil would never truly immerse the player without Oblivion's iconic music. We are proud to announce that all original tracks have been retained and supplemented with 17 new tracks. Each of the nine regions has a unique new track, complemented by three new dungeon exploration themes. Additionally, the atmospheric music for the Oblivion realms has been updated for an even more absorbing experience. In regards to DLC, our focus is 100% on Skyblivion for now, in order to release the base game at some point in 2025. Once Skyblivion is in your hands, we shall turn our attention to the Shivering Isles and other extra content. We've come a long way since the project began in earnest back in 2016. Having a tangible release goal is amazing and terrifying all at once. But with your help, we are confident we will meet it. Plot Twist. In 2025 kommt ein Tag vorher das neue Elder Scrolls raus. Das wäre so bitter. Entschuldigung, ist aber... Ja, wird nicht passieren. Also es wird auf keinen Fall passieren, aber... Der Gedanke ist lustig. Ja, die Situation wäre nicht lustig, aber... Ja, das wird noch ein paar Jahre darum, bis es rauskommt. Ich glaube, dass Sie die Skills haben, um neue Leben in Cyrodiil zu helfen. Bitte veröffentlichen Sie auf www.skyblivion.com 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 What started out as a simple side project has evolved into one of the biggest modding projects to date. Despite the massive scope of this project, we are finally seeing the end of the road. There is still work to be done. We hope this video has given you a better insight into the project and perhaps has shown how some of you might be able to contribute yourselves. Only with the Elder Scrolls' modern community's talents and the support of this fantastic community could we have ever gotten as far as we have. We hope you continue to support us as you have for years and we are excited to share much more. Voll geil Naja, ist schon ziemlich geil Let's go in. Das war's für heute. Boah, voll geil. Also das ist schon, das ist doch schon sehr, sehr geil. Ich habe Obolivine nie durchgespielt. Deswegen wäre es vielleicht eine gute Gelegenheit, das dann zu tun. Wird wahrscheinlich alles auf Englisch, aber Demo ist kostenpflichtig. Soweit ich weiß, ist alles kostenlos. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist alles völlig kostenlos. Ich schäme mich, Obolivine nicht durchgespielt. Ja, ich habe zu tun. Ich habe doch zu tun. Ja, aber ich bin ehrlich, ich würde auch Geld dafür rausgeben. Ich würde dafür auch bezahlen.